Ein Zuschauer fragt, wie bekommt man eine Desktop-Verknüpfung auf die Lieblings-Webseite hin? So, angenommen, das ist deine Lieblings-Webseite, dann kopierst du die Adresse aus deinem Browser raus. Zum Beispiel mit der rechten Maustaste kopieren, geht natürlich auch über die Shortcuts, Ctrl-C, Ctrl-V, minimierst deinen Browser, irgendwo, wo du die Verknüpfung haben willst, die rechte Maustaste, dann auf Neu, dann auf Verknüpfung, und gibst einfach die Adresse deiner Lieblings-Webseite ein, gehst auf Weiter, dann kannst du einen Titel vergeben und kannst dann in Zukunft durch Doppelklick hier auf dieses eigene Webseite aufrufen. Ich persönlich finde es zwar ein bisschen eleganter, wenn man das über die Favoriten hier macht, habe ich übrigens auch ein Video auf meinem Kanal, aber natürlich kann man das auch gerne hier über diese Eigenstand, die man auf dem Desktop hat, haben. Ich habe gerne einen möglichst leeren Desktop, kriege ich es auch nicht immer hin. Was ihr noch beachten müsstet, wenn jetzt die Webseite hier hinten dran so einen sehr langen kryptischen String hatte, also einen sehr langen kryptischen Text, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr in der Session seid, irgendwo angemeldet, und dann solltet ihr trotzdem nur den vorderen Teil nehmen, also den Domain-Namen mit dem Will-W-Invest vorne dran, denn die Session, die läuft irgendwann ab, und dann klappt das mit dem Aufruf nicht direkt. Ja, schau dir am besten auch gleich das nächste Video an, und wir sehen uns dann dort. Mach's gut, bleib gesund, ciao.